Das museumspädagogische Projekt Megdeburg des Kulturhistorischen Museums Magdeburg hat den 17. Sonderpreis der Straße der Romanik gewonnen. Der Preis würde ich das besondere Engagement zur Steigerung der Bekanntheit der Straße der Romanik. Die achtförmige Straße der Romanik besuchten bereits über 1,5 Millionen Menschen. Sie ist eine der beliebtesten Tourismusrouten Deutschlands. Im Innenhof des Museums steht seit 27 Jahren die Spielstadt Megdeburg. Zahlreiche Gewerke, eine Schenke, eine Amtsstube und ein Kloster spiegeln eine mittelalterliche Stadt wieder. In den Spielzeiten 2022 und 2023 konnten Schulklassen der Klassenstufen 3 bis 8 aus ganz Sachsen-Anhalt historische Spielhandlungen mit Bezug zur Stadtgeschichte vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, die Zeit der Romanik, erleben. Bezugspunkt war dabei unter anderem der 1050. Todestag Kaiser Ottos des Großen. Neben dem pädagogischen Programm für Schulen sind in diesem Jahr öffentliche Markttage am 19. Mai, 6. Juli, 3. August und 12. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr. Am 19. Mai ist der Eintritt im Rahmen des Internationalen Museumstages frei. Die anderen Markttage können zum regulären Eintritt besucht werden. Weitere Informationen sind im Internet auf den Seiten des Museums zu finden.